Und los geht der Stress. Ja, tatsächlich hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Heißt, ich habe noch jede Menge Technik jetzt eingepackt. Und ja, ich bin schon ein paar Minütchen jetzt zu spät. Aber ich hoffe, die Autobahn ist frei. Für mich geht es jetzt los, Abfahrt Richtung Düsseldorf. Und ja, ich merke gerade, ich habe mein Trinken vergessen. Deswegen, ich gehe jetzt rein, trinken. Und dann geht es los, Abfahrt Düsseldorf. Abfahrt Düsseldorf So, angekommen nach gut anderthalb Stunden Stau. Ich bin dezent zu spät, maximal im Stress. Aber jetzt wurde die Technik geschnappt. Und jetzt geht es Abfahrt Richtung Schiff. Und dann hoffentlich noch aneckermaßen pünktlich, um vielleicht noch vorher ein Schluck Wasser zu trinken und aufs Tor zu gehen. Und ja, also Stress, Abfahrt, Technik schnappen. Und los geht es zum Schiff. So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Wir sind endlich angekommen auf dem Schiff. Und das Schiff ist leer. Die Jungs sind gerade eben auf dem Aufbau, weil wir den Livestream heute noch machen, beziehungsweise dahinten gerade eben noch, ja, denken wir vor dem Aufbau und sind. Das ist heute auf dem Livestream nebenbei. Doch noch läuft. Und was soll ich sagen? Es ist Oktober, es ist wunderschönes Wetter. Und ja, noch ist die Tanzfläche leer. Ich bin ja schon mal gespannt. Ich würde heute heute kommen werden, weil ja, ich glaube, es ist Wetter gut, Stimmung gut. Und gute Laune, gute Musik ist auf jeden Fall kommen wir dabei. Hallo, ihr geliebt Partybeamels und herzlich willkommen auf dem Partyschiff der KD. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr mal auf ein schönes Wochenende? Sehr schön. Ihr habt heute tatsächlich drei Aufgaben von mir. Die erste Aufgabe, ihr müsst heute nochmal gute Laune haben. Bei mir ist es Wochenende für die zweite Aufgabe. Es ist Oktober, es wird langsam natürlich ein bisschen frisch. Das merkt ihr. Passt euch heute warm. Dafür sind wir für die nächsten vier Stunden. Für die nächsten vier Stunden da. Und die letzte Aufgabe, immer wenn wir eine Brücke sehen, würde ich gerne eure Hände nach oben im Himmel hin sehen. Können wir das mal testen? Einmal die Hände nach oben hier. Wo ist die gute Laune? Wo ist die gute Leere? Wo ist die gute Laune? Wo ist die gute Laune? Wo ist die gute Laune? Wo ist Deck sperrING uns? Wow, wow. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Musik Komm schon, das ist Wochenende, wir feiern rein hier! Komm schon, das war's! Ich bin ein Mann und ich bin ein Mann und ich bin ein Mann. Ich sehe noch nicht genug Lichter! Ich sehe noch nicht genug Lichter! Ich sehe noch nicht genug Lichter! Nachrottek! Nachrottek! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Fart away, I'll meet her, look at it! He was caught in the middle, I was just terrified! And she couldn't find her, kiss through! Oh, ah, 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 ah! Oh, ah, ah, ah! Oh, ah, ah, ah! Oh, ah, 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 ah! Okay, okay! Here we fucking go! Yeah! Alle! Das geht weiter! Yeah! 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 Hände nach oben! Yeah! 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 I'll be alone, press with me up I'll be alone, take me home I'll be alone Alright, here we go Let's go Schöne, kommt mir nach Hause. Danke, dass meine Jungs und die Freude hier sind. Danke, dass wir uns hier auch die Ruhe und die Kampagne haben. Wir haben einen großen Applaus. Wir haben einen guten Hochdruck, Ajo. Danke schön, Gusslein und Gusslein und Gusslein und Gusslein und Gusslein und Gusslein.